Na, was macht die Weltwirtschaft? Oh, lala. Ach, der Dieter, das gibt's doch gar nicht. Dieter, hallo. Der Gerd, hallo. Immer noch als allererstes morgens die Börsenkurse am Lesen, was? Das hat sich gar nicht verändert, du. Du aber auch nicht. Moment, du hast ein neues Geweih. Ja, seit gestern, weil das hat mir letzte Woche in der Eifel ein Jäger vom Kopf geschossen. Und der hat gedacht, ich wäre ein Herrsch, so ein Idiot. Da hast du ja Glück, dass nicht mehr passiert ist. Ja. Hast du eigentlich mal überlegt, kein Geweih zu tragen? Ja, schon, aber so Kürbisse sind nicht so kleidsam. Stimmt natürlich. Ja, was macht denn die Arbeit? Das ist richtig toll. Unsere Firma hat ein Werk in Bolivien aufgemacht und die soll es leiten. Und bei dir? Ich werde nächste Woche zum Erzbischof gewählt in meiner Diözese. Na, da können wir uns beide ja nicht beklagen. Nein, auf keinen Fall, nie nicht, nein. So, da haben wir sie ja. Ich bin der König von Bayern. Vielen Dank, Herr Professor. Keine Ursache nicht. Nein, ist aber auch ein armer Kerl da. Nein, nein, nein. Ja, wir gehen ja jetzt. Nein, nein. Zeig mal, ich komme. Ich bin der König von Bayern.